Hey, ich bin's, Michael, begleite mich auf meine 1400 Kilometer lange Spendenradtour nach Kroatien. Ich möchte gerne aufmerksam machen auf Multiple Sklerose, wo ich selber dran erkrankt bin, und Spenden sammeln für den Tierschutzverein Lesika, Hundehilfe, Varazin e.V. So, guten Morgen zusammen. Also, ich hatte hier eine hervorragende Nacht im Pöldninger Hof, heißt es glaube ich, ja. Fahrrad ist gepackt, es ist alles trocken. Das Zelt konnte ich unten in der Tiefgarage ausbreiten und ist trocken geworden. Und auch die Klamotten, alle sind wieder trocken. Ich bin gut erholt. Also, auf geht's zu neuen Schandtaten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören voneinander. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, hallo zusammen. Heute ging es 98 Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter vom Pöldner Hof hier zum Kavendelcamp. Tolle Strecke. Bin jetzt in Österreich angekommen. Bergig, aber wunderschön. Ich hatte zwischendurch eine unschöne Nachricht bekommen über den Tod eines Hundes, Tammo, der über die Regenbogenbrücke gegangen ist, von einer befreundeten Familie. Das hat mich wirklich beschäftigt und sehr runtergezogen in Teilen der Strecke. Tut es immer noch. Ja, jetzt werde ich aber mir noch ein Bierchen trinken, alkoholfreies. Danach werde ich noch was essen und dann hören wir uns wieder.